Herzlich Willkommen zu einem neuen Engelkarten-Reading, beziehungsweise dieses Mal machen wir etwas Besonderes. Wir machen wieder eine Wochenendbotschaft. Leider war ich jetzt sehr lange krank und konnte keine Wochenbotschaft aufnehmen. Aber jetzt ist endlich auch mein Orakelbuch gekommen. Also wir werden aus dem Orakelbuch eine Botschaft herausfinden von Erzengel Gabriel und deinem wahren Selbst. Dann werden wir die ergänzen mit den Karten von Louise Hay und dann mal schauen, was noch die Tarotkarten dazu sagen und da eine von auswählen. Bin ich schon sehr gespannt, was dieses Wochenende wohl für dich bringen mag. Jetzt schauen wir doch als erstes mal hier im Orakelbuch Seelenkompass. Du kannst einfach ganz intuitiv darin blättern. Das ist bei Amazon erhältlich. Und du erdest dich, entspannst dich, schließt die Augen und blätterst darin. Stellst vorher natürlich deine Frage. Und dann schlägst du auf und schaust, wo dein Blick hinfällt. Da wartet etwas Tolles Neues auf dich. Hier sehen wir eine Bilderbotschaft. Und hier ein Text dazu. Erstmal der erste Teil ist von deinem wahren Höheren Selbst und dann von Erzengel Gabriel. Ein Umzug steht bevor. Es gibt einen besseren Ort für dich, wo du dich mehr entfalten und ausleben kannst. Du darfst mehr wollen und dich auch räumlich mehr ausdehnen. Du verdienst es. Wenn du gerade unzufrieden mit deinem Heim bist, dann verändere deine Ansicht darüber. Sieh es in optimalem Licht, dass alles funktioniert und auch, wenn es noch nicht dein Traum zu Hause ist, dann sei trotzdem dankbar, dass du dein Dach über dem Kopf hast. Der Rest wird sich ergeben. Ganz, ganz wichtig. Je mehr man über sein Zuhause meckert, desto mehr Negatives passiert da natürlich auch. Dann geht die Waschmaschine kaputt, dann die Spülmaschine, der Herd, der Kühlschrank, wie auch immer. Die Nachbarn nerven oder sowas. Das ist ganz wichtig, auch wenn das nicht dein Traum zu Hause ist und du mal umziehen willst, dass du wirklich trotzdem dein Zuhause, wo du jetzt aktuell wohnst, in Licht und Liebe siehst und positive Energie dahin sendest, weil nur dann wirst du auch wieder was Tolles, Neues finden. So, was sagt Erzengel Gabriel? Wir helfen dir, bei jeglichen Veränderungen und auch dabei deinen perfekten Wohnort zu finden. Lass uns dich führen und sei gespannt, welche kreativen Wege wir finden, um dich zu deinem neuen Heim zu führen. Es wird toller, als du dir je vorstellen konntest. Wir regeln auch die Kosten. Dies ist deine Botschaft, dass du dir dein Heim immer leicht und pünktlich leisten kannst. Also, das ist doch super spannend. Umzug, naja, vielleicht ist das bei dir auch nicht genau auf dein Zuhause bezogen, sondern, keine Ahnung, es gucken ja auch viele Reiterleute zu, Stallumzug oder sonst eine Veränderung in deinem Leben, die aber entscheidend ist. Wobei ich finde, das hier ist schon sehr deutlich aufs Heim bezogen. Vielleicht steht das auch für Weihnachten dann. Vielleicht verwirklichst du endlich deinen Traum. Vom Eigenheim ziehst aufs Land, keine Ahnung, bist Selbstversorger. Vielleicht aber wünschst du dir auch eine tolle Stadtwohnung, wo das Leben pulsiert, wo du viel unternehmen kannst. Also, ganz, ganz spannend. Da scheint dieses Wochenende sich etwas zu entwickeln für dich. Jetzt schauen wir doch mal, was die Hey-Karten noch sagen für dieses Wochenende. Meine Zukunft ist wunderbar. Ich lebe jetzt in grenzenloser Liebe und Freude. Alles ist gut in meiner Welt. Also, das hört sich doch nach einem tollen Wochenende an. Erstmal das mit dem Umzug, dass etwas Tolles, Neues, noch Besseres auf dich wartet. Deine Zukunft wunderbar ist dort. Also, es scheint jetzt Mitte März ziemlich coole Veränderungen in deinem Leben zu geben. Sehr, sehr spannend. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob noch eine Tarotkarte dazu passt. Was für dich anliegt dieses Wochenende. Okay, da kommt schon eine. Der Magier. Sie ist ja auf einen Kelch gefüllt. Münzen. Also, von meiner Interpretation her sieht das doch nach einem goldenen Zeitalter aus, dass du dir alles erschaffen kannst, was du willst. Sehr, sehr passend. Aber jetzt schauen wir doch mal, was dieses Buch dazu sagt. Das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das schauen wir uns direkt an. Das Buch ist von Anna Janssen. Jetzt ist die Zeit für deine eigene Superpower erkennen, groß träumen, dein Leben nach deinen Vorstellungen erschaffen, manifestieren, dem Universum vertrauen. Also, besser passen könnte es ja fast gar nicht. Du manifestierst dir dein neues Zuhause, deine wunderbare Zukunft, aber Universum vertrauen. Ganz, ganz wichtig. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Der Magier, die Karte Nummer 1 des Tarot, steht für einen magischen Neuanfang. Du kannst das Tarot als eine zusammenhängende Lebensgeschichte sehen. Nachdem du mit dem Narren, der 0. Karte, völlig im Hier und Jetzt bist und befreit von allen Belastungen aus der Vergangenheit, zeigt der Magier auf, dass es nun Zeit ist, dein neues Leben zu erschaffen. Das Tolle daran ist, dass du die Zauberkraft besitzt, um dein Leben nach all deinen Vorstellungen und Wünschen zu gestalten. Du glaubst mir nicht? Na dann, lass uns diese Karte einmal genauer anschauen. Der Magier steht hinter seinem magischen Altar oder einfach vor seinem Werkzeugtisch. Auf diesem Tisch sind die vier Elemente versammelt, das Schwert, Luft, die Münze, Erde, der Kelch, Wasser und der Stab, Feuer. Dem Magier steht also die geballte Kraft zur Verfügung. Er ist sich seiner Stärke bewusst. Sein roter Umhang strahlt eine starke Zauberkraft aus, während sein weißes Gewand für Reinheit steht. Er praktiziert nur weiße, friedvolle Magie mit den besten Absichten. Die Haltung seiner Arme deutet auf die Verbundenheit mit dem Erdreich sowie dem Luftreich, dem Universum oder der höheren Macht hin. In seiner rechten Hand, die in den Himmel ragt, hält er seinen Zauberstab. Über seinem Kopf schwebt die liegende Acht, die Unendlichkeitsschleife. Trau dich also daran zu glauben. Du bist bereits der Magier oder die Magierin und besitzt alles, was du brauchst, um dir dein allerschönstes Leben selbst zu erschaffen. Also passend auch wieder zu deinem Zuhause, dass du in der Lage bist, dass da noch was Besseres auf dich wartet und dass du dir das hier in dieser Welt manifestieren kannst. Was ist dir wirklich wichtig im Leben? Was willst du jetzt manifestieren? Wie sieht dein Leben in der schönsten Version aus? Wo lebst du? Was tust du? Wer ist bei dir? Du erweckst die Magie dieser Karte zum Leben, indem du dich traust, dir deine Visionen bis zu Ende auszumalen und groß zu träumen. Ja, wahnsinnig. Also wichtig ist, dass du dich immer schon am Ziel deiner Träume siehst und visualisierst und vor allem fühlst. Wie fühlt sich das an, wenn ich am Ziel meiner Träume bin? Was rieche ich? Was schmecke ich? Was höre ich? Was sagen andere zu mir? Was sage ich? Was erlebe ich? Was spüre ich auf der Haut? Das gilt dann auch für dein Zuhause, für diesen Umbruch, der jetzt anscheinend für dich bevorsteht. Der März, der Frühling, der jetzt kommt, neues Leben, das erwacht, die Kraft der Natur, die Fülle, die sich wieder zeigt, die Zeit der Veränderung nach dem Winter, wo alles quasi auf Null gegangen ist, jetzt wieder das Neue, was sprießt und für dich auch ein neues, wunderbares Zuhause, ein neues Leben. Du kannst das. Das Wichtigste ist einfach, dass du das aber abgibst, wie es tatsächlich zu dir kommt und in welcher Form. Deine Vibration, also deine Schwingung ist das Allerwichtigste und dementsprechend wird das, was für dich das Beste ist, erscheinen. Also hafte dich nicht so sehr an den Ausgang deines Wunsches fest, wie der genau aussieht, natürlich mit allen Details immer visualisieren, aber dann gib das ab und wisse, dass alles, was für dich passiert, zu deinem Besten auch geschieht und dass das Universum immer weiß, was dann das Richtige wirklich ist. Wenn du in dieser Demut bist und loslässt, dann wirst du das wunderbarste Leben manifestieren. Und ich bin richtig, richtig gespannt, was dieses Wochenende für dich passiert. Schreib es gerne in die Kommentare, was bei dir so los ist. Also, ja, dieser große Umbruch, der da jetzt ansteht, der wird auf jeden Fall wunderbar sein. Und das freut mich sehr für dich. Und ich bin gespannt, am Montag machen wir eine neue Wochenbotschaft und wenn ich dann in den Kommentaren jetzt von diesem Video lese, was bei euch am Wochenende so gelaufen ist, also bin ich schon sehr neugierig. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine tolle Zeit, wünsche dir eine tolle Zeit und bis Montag und alles Gute, bis zur nächsten Videobotschaft. Bis zum nächsten Mal.